Nächsten Sonntag, 17.20 Uhr. Hey, Cent. Er kommt von einem anderen Planeten. Ich verabscheue alles hier, außer diese Fernsehserie, wo die Hausfrauen sich gegenseitig fertig machen. Sie sind eine ganz normale Familie. Da mach ich krass, Auge. Bitte sag das nie wieder. Und obwohl Sie aus unterschiedlichen Welten kommen, sind Sie eine Familie. Der Sohn des Cousins siebten Grades meiner Mama. Cool, oder? Und Sie würden es auch gar nicht anders wollen. Verpasse nicht die neuen Folgen von Overlord und die Underwoods. Nächsten Sonntag, 17.20 Uhr. Nur bei Nick. weil es euch zu einem names kann, stores aquellosnegren personalen,